Hallo allerseits! Ich bin auf der Hausmesse von KM1 Modellbau und ich habe hier die Chance, dass wir einen exklusiven Preview machen können zur V160 Baureihe 216. Mit allen Geräuschen und allem drum und dran, die Anfang Januar ausgeliefert werden soll, Anfang Januar 2020. Und hier jetzt eine erste schon mal da ist mit Geräuschen, so wie sie sein soll. Noch nicht ganz endgültig richtig, aber eben überhaupt. Die Lok ist fünf Kilo schwer, 50 Zentimeter lang, ist ein Messing-Kleinserien-Modell, Preis ab 2750 Euro. Und jetzt hören wir uns mal die Geräusche und den Rauch und alles Mögliche mal der Reihe nach nochmal anschauen. Die 216 wurde insgesamt in elf verschiedenen Varianten realisiert. Und hier ist sie in der schönen Ozean-Blau-Beigen-Variante. Und jetzt wird es Zeit, dass wir sie wirklich mal mit Geräusch und mit dem Rauch und mit dem Sound aktivieren. Da ist wieder gekoppelt, wenn ich einschalte, lange Sequenz und dann gleichzeitig der Rauch. Und jetzt hören wir uns mal die Geräusche und den Rauch und alles Mögliche mal. Da gibt es bei F12 noch eine Zugheizung. Und jetzt lassen wir sie einmal kurz anfahren, bevor ich dann die ganzen Geräusche vorführe. Jetzt schauen wir uns mal die Geräusche aus. Wir sch müssen läuchten den Rauch rundet und дивen, bis wir gleich zusammen kommen. Wir schüren Lüge Die Geräusche Die Maschinenraumbeleuchtung lässt sich natürlich auch separat ein- und ausschalten. Und bei der Führerstandsbeleuchtung ist es so, dass die in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung natürlich umgeschaltet wird, wenn man sie aktiviert hat. Der Führerstand selbst, wie immer bei KM1-Loks, sehr schön detailliert. Die Lüftergitter an den Seiten sind natürlich auch durchbrochen. Und jetzt im Preview ein paar von den aufgespielten Geräuschen dieses LogSound 5X L-Decoders von ESO. Mit zwei Funktionstasten gibt es verschiedene Signalhörner. Mit diesem Modell gibt es zwei Funktionstasten für Rangierfunkansagen. Die eine davon ist mehrfach programmiert, das heißt, ich drücke mehrmals hintereinander für eine ganze Sequenz. Noch drei Längen, noch zwei, noch eine, noch eine halbe und halt. Und die zweite ist normal programmiert, die hören wir jetzt auch gleich. Wir haben frei, kannst kommen. Dann gibt es noch zwei Bahnhofsansagen. Achtung am Gleis 2. Einfahrt hat der Eilzug nach Stuttgart Hauptbahnhof. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Meine Damen und Herren, auf Gleis 2 fährt ein Regionalexpress 57 433 nach Kempten Hauptbahnhof. Abfahrt 13 Uhr 29. Bitte Vorsicht bei der Abfahrt. Jetzt das Geräusch des Kompressors. Dann die Lokbremse. Und dann noch das Läutewerk. Auch hier gibt es wieder ein Kupplungsgeräusch. Und wie beispielsweise bei der V100 kann man auch hier nachträglich eine Servokupplung anbringen und die sich dann natürlich auch bewegt. Und jetzt hören wir uns noch das Geräusch an beim Lösen der Kupplung. Die nächsten Geräusche sind der Hilfsdiesel. Die Pressluft. Die Zugbremse. Und dann noch die Handbremse. Auch bei diesem Modell gibt es von Hand bewegliche Führerstandstüren mit passendem Geräusch, das man dann per Funktionstaste auslösen kann. Natürlich ist das Geräusch nur per Taste gedrückt und da hat mir jetzt jemand geholfen, dass sich das so anhört. Ich mache es nochmal. Wäre echt toll, wenn das noch irgendwann einmal digital gehen würde mit Servomotor. Aber man muss ja was für die Zukunft auch noch haben. Zum Abschluss dieses Preview-Videos gibt es jetzt nochmal einmal komplett eine kleine Probefahrt mit Geräusch und mit Rauch. Aufmerksamkeit. 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 Das war es vom Preview von der V160 Baurei 216 bei KM1 Modellbau im Rahmen der Hausmesse am 7. Dezember 2019. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht!